Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Sendung von Wir lieben Wissen live aus dem Tavron Research Lab. Durch Ihre Leserbriefe wissen wir, dass Sie es immer gerne übel auf die Mütze bekommen. Und deshalb dürfen Sie heute live dabei sein bei der Entwicklung, einer der übelst, widerwärtigsten, ekelhaftesten Substanzen unserer Zeit. Dazu haben wir einen speziellen Gast eingeladen, Professor Doktor Timović Bradlavik Vazlavic. Herzlich willkommen, Applaus! So, Herr Doktor, schön, dass Sie hier sind. Ich freue mich wirklich sehr. Es ist eine Ehre für uns. Und natürlich ist auch Vicky wieder dabei. Sie ist ja immer gerne dabei. So, Herr Doktor, bitte spannen Sie uns jetzt nicht länger auf die Folter und sagen Sie mir und den Zuschauern nochmal, um was es hier geht. Frau Pedia, schön, dass Sie da sind. Heute geht es um Schleim von Jelly Buff. Das werden wir heute mal ausprobieren, um die Schleim-Schikane beim Tavron auszuprobieren. Haben Sie das gehört, liebe Zuschauer? Es geht um Schleim. Wir sind gespannt, was jetzt passiert. Wie wird das Ganze zusammengemischt? Bleiben Sie dran! Das ist ein Schleim. Spinn! Oh! Ah, Vicky, schau doch mal! Könnte gehen! Unglaublich! So, Herr Professor, das war jetzt nun wirklich schon ganz schön spannend. Aber sagen Sie mal, war das wirklich schon alles? Frau Pedia, ich bin froh, dass Sie das fragen. Natürlich nicht. Wir werden das Ganze noch auf dem Außengelände des Tough Run Research Labs im Feldversuch testen. Ich bereite das Ganze vor. Die Damen, ich würde sagen, ziehen Sie sich um. Wie? 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 Ich bin so großartig. Wie? 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 Der Schleim! Der Schleim! Scheint zu funktionieren! Beim Tavram macht man das ganze noch mit 4000 Liter Wasser! Der Schleim! 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 Der Schleim!